Scheiben besser. Ah, der steht so ungünstig. Ach, Kacke, verschossen. Uff. Alter. Okay, ich bin da tot. Okay, also derjenige, der unten steht, der muss zusehen, dass er sie alle abknallt. Und derjenige, der oben steht, sollte die Kiste schieben. Sollte schnellstmöglich die Kiste schieben. Ja, ich dachte eigentlich, ja, knall ich die erstmal ab, dann kann ich die Kiste gemütlich darunter schieben. Ja, ich glaube, da sollten wir gucken, dass wir schnell arbeiten. Ach, schon wieder ab hier. Aber ich gehe wieder hoch. Ja, das war, glaube ich, ganz gut so mit dem Gewehr aus der Ferne. So. Und das ausrüsten. So. Reiner. So. Nach oben. Aufwärts. Hui. Wir sind echt nicht gut in dem Spiel, beziehungsweise ich bin nicht gut in dem Spiel. Warte mal, warte mal, wenn ich mich hierhin stelle, kann ich so von unten abknallen. Ja. Das müsste funktionieren. Gerade eben konnte ich durch das Gitter durchschießen, ja. Könnte ich denn von unten vielleicht richtig schön einen mitgeben. Es brennt. Ja. Wo wollt ihr denn hin? Sag mal. Oh nein, die kommen runter zu dir. Oh ja, sehe ich. Gehe ich nochmal weg. Das hat's ja gebracht. Na ja, getroffen hast du. Ja. Ja, sind jetzt beide hinüber. Oh. Achso, das war dieser. Ich muss nochmal sterben für die Kamera. So. So, ich lach nochmal schnell nach. Und dann kannst du... Ja? ... drüber gehen. Ja. Sind sie bereit? Ich bin bereit. Lang bin ich auch. Nein. L zu runter. Mein lieber Mann. Kann ich den schon da... Zack. Und... Zack. Schnell nachladen. Ich glaub, da ist alles durch. Ist halt so blöd, dass ich nicht alle Wege ordentlich einsehen kann. Hm. Aber ich beeile mich jetzt, weil ich renne direkt zu der Kiste hin. Und fang die direkt an zu schieben. Also ich guck da nicht noch erst rum oder so. Na. So. Los geht's. Ich glaub, Drehbuch sollst du jetzt fallen. Da kommt der Nächste. Der Nächste. Weißt du nicht, was uns diese Kiste bringen soll? Da hinten kommt einer. Einer hat's hoch geschafft. Glaub ich zumindest, dass es einer hoch geschafft hat. Also bisher seh ich mal noch nichts. Doch. Hinter dir. Offen. Da sind glaub ich sogar mehrere. Aber es scheinen keine mehr hoch zu krabbeln. Oder? Wir halten auch sauviel aus, ne? Kommt da noch einer? Also da ist hier oben immer noch der eine, den du gerade angeschossen hast. Okay. Dann schieb mal weiter. Ich seh jetzt, wenn hier zumindest mal keine mehr hochkommt. Ne, geschoben ist schon komplett fertig. Ist schon runtergefallen. Aber ich sammle hier erstmal Munition ein. Kannst du gerne tun. So. Ich glaub, du musst da nämlich reinplumpsen da in das Loch. Also in diese Kabine da. Ja. Oh, ein Krautsch. Auf dem Dach. Da steht ein Kraut auf dem Dach. So, was haben wir noch? Nichts mehr. Oh, Musik ist aus, ne? Ja, ja. Kann ich hier die Tür aufmachen? Da stand gerade eben von innen verriegelt. Also ich gehe mal davon aus, dass du nach draußen kommst wieder. So. Ah, ne Tür. Yay. Machen wir mal ein Spind auf. Was haben wir hier? Ein Erste-Hilfe-Spray. Den kann man aufmachen. Mhm. Oh. Machen wir uns nicht? Mein Geld. Ich nehme mal das Erste-Hilfe-Spray mit. Ja, bitte. Ich habe ja Kraut. So, und jetzt müssen wir hier Hebelchen ziehen. Mach mal. Guck mal. Schon wieder nur Fuß-Touristisch. Fuß-Touristisch. Also voll-Voll-Wissen. Ich bin Fuß-Versicht. Eine voll-Futuristische Tür. Ja. In so einer alten Ruine. Topaz. Topaz. Lecker. Ja. Kriegen wir auch nur noch zu zweit auf die Tür. So eingerostet ist die. Excele Gione! Stopp da! Bravo! Verdammt, wo ist Jill? Hm. Jill? Maybe I'll tell you. Maybe I won't. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. We last met at the Spencer Estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us. So slow to catch on. Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. 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 The two and only. und dazu sagen drei punkte sie haben ja voll dienst gemacht hier superhelden landungen und so ein krams die ist verschlossen ok hofft du nimmst mir das nicht übel dass ich hier so umlaufen ach guck mal jetzt ist die tür offen ach da kommst du jetzt drauf wie sollt ihr uns verstecken ja ich bin hinter den Pfosten es hat keinen sinn sich zu verstecken mach ich aber trotzdem da kommt er gleich um die ecke ich will die krüge aber kaputt machen warum darf ich nicht warum die weichen alle aus muss man die mit nachdenken weiß es nicht auf jeden fall das ganze hier ist ein hier ist ein hörst du auf hier ist ein sarg oder sowas hier auf der oberen Ebene ich komm mal hoch ne ich muss halt nur gucken dass er mit dem nicht in die fersen läuft das wäre ungünstig äußerst ungünstig aber der ist halt hier oben ich weiß gar nicht wie ich zu dir komme ähm im unteren bereich ist irgendwo so ne tür also da war ne tür kannst du durchlaufen und links oder rechts ähm ich weiß grad nicht wo du rumläufst ähm von den von diesen treppen aus gesehen oder wenn du auf die treppe guckst rechts ja jetzt bin ich wieder oben ja oben ist gut aber ich bin jetzt in dieser schleuse hier ich sammle dabei mal hier so ein paar sachen ein so und da wo ich bin da ist so ein sarg hi noch ein stückchen weiter hier hier ich weiß nicht ob das die richtige taktik ist aber ich weiß nicht was da drin ist vielleicht irgendwie Raketenwerfer oder sowas auch naja hm Tja Tja warte mal wieso weiß ich nicht also da war ganz oft als der mich angegriffen hat da stand da Ausweichen oder Kontern oder sowas mit Quadrat das war aber noch ganz ganz kurz angezeigt Okay dann wird das wohl so sein Ja aber ich glaub wir müssen nicht ihn sondern wohl eher mein gott kontern nein du hast mich nicht nein 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 vielleicht kann ich ihn umziehen ich bin so langsam ich bin unten ich glaube ich glaube ist die gefolgt da läuft die hinterher ok ok ich bin ausgewischen müssen aber hier noch die resten vielleicht wenn er sich mit dir beschäftigt wenn sie ins kreuz springen oder so wo ist er hin? da nö geht nicht also ich hab ihn auf jeden fall getroffen na der hat irgendwer dich getroffen ja das ist die olle Tulla von da oben die dumme Tulla ach die steht da oben ok dann guck ich mal oben glaub ich jedenfalls mal da steht sie BÄM ich sehe du deine vagina ach da scheiße bin ich falsch ich guck mal vielleicht müssen wir ja auch sie bekämpfen nicht ihn also man kann auf jeden fall beide treffen ok ich sammle derzeit mal noch so ein paar Sachen hier ein steht sie noch da oben oder? ne die ist auch hier unten die sind beide hier unten ok ich finde es auch ein bisschen blöd dass nur einer auf der Karte angezeigt wird oh man du dumme Hure hör doch mal auf mit deiner scheiß Ballerei ach nö Komm! It's empty! Oh my god, go away! Ich bin tot? Ja. Ich war mir gerade eine Waffe am aussuchen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, was da die richtige Taktik sein soll. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Wir können uns verstecken, ja, aber sonst... Vielleicht gibt's da irgendwas, womit wir interagieren können. Hm. Naja, ich könnte die Magnum mitnehmen, aber da sind sieben Schuss drin. Das glaube ich auch nicht so das wahre. Hm. Ich könnte mal die Säuregranaten probieren, aber die... Das ist halt blöd, die bleiben halt nicht lange auf einer Stelle. Ja. Hm, hm. Ach ja, jetzt weiß ich was da, was du meintest. Ja. 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 Ja.